Ja hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Animations Rowdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir immer gleich. Wo bin ich denn eigentlich jetzt drin? Da will ich doch gar nicht hin. So wir gehen jetzt mal hier unten rein und gucken was haben wir da. Nach wie vor den Mythic Stewie in Mamas altmutlicher Geheimnisschatulle. Dann haben wir hier vorne die Topped of Tire Box. Die habe ich euch bereits gestern vorgestellt mit Topped of Wine, LARP, BartendersNot, Klaus Heisler, Bier Tasting, Bier Festival, Hank Hill, Dinnerwine, Bob und diesen ganzen Kombos hier. Wen es interessiert, ich verlinke das Video am Ende. Können da gerne nochmal euch anschauen. So Spring Tire Box ist jetzt neu mit hinzugekommen und warum? Weil jetzt ich glaube, soweit ich das weiß, am Montag. So, weil am Montag, soweit ich das weiß, müsste eigentlich schon wieder eine neue Challenge da sein und das sieht mir stark danach aus, als wäre das dieses Spring Challenge. Spring Challenge. Lass mal gucken. Challenge. Schedule. Schedule. Was mach ich? Was mach ich? Was mach ich? Was mach ich? Spring Clash. So. Schauen wir mal einfach rein. So, Current Upcoming Events. Das müsste hier jetzt auch dann zu sehen sein. Spring Clash. Tatsächlich. Hier ist er, der Spring Clash. Clash. Und das sieht man jetzt aber nicht so genau. Clash Events. Okay. Spring Clash. Klicken wir da nochmal drauf. Hier haben wir es. Genau. Also Leute, wir gucken uns das jetzt mal ganz kurz an, damit ihr mal so einen groben Überblick bekommt darüber, was da eigentlich aktuell dann passieren wird. Das wäre dann diese. So. New Spring Clash on Monday Discussion. So. Da ist es. Hier. Am 18. März. Und endet am 22. März. Und das hier sind die ganzen Kombos. Die werden wir auch gleich noch mal sehen. Äh. Easter Bunny Peter. Softball Lois. Victory Dance. Criss Cross. Applesauce. Tree. Blueberry Delivery Girl. Blueberry Picker. Baseball Bobby. Catcher Luan. Benders. Ducklings. Und Coach Farnsworth. Und das Ding wird auf jeden Fall wieder spannend werden. Bin mal gespannt, ob wir da wieder Super Mythic Stones rausbekommen. Jo. Hier sehen wir es dann auch. Oh. Benders. Ducklings als Pre-Combo. Ähm. Jo. Das sind die Karten, die wir hier aus dieser Tire Box bekommen können. Das ist einmal Benders Ducklings. Cuddles. Luan Platter des Dinges. Sackzentmünzen. Lois Griffin. Hier haben wir diese Criss Cross Applesauce. Fisch Pheromone. Damenringen. Roller Derby. Hier haben wir die ganzen Kombos. Und wir schauen uns jetzt einfach mal die Kombos an und überlegen uns, was könnte da unter Umständen denn tatsächlich interessant werden. Ähm. Easter Bunny Peter. Wo fing denn das an hier? Warum? Ist der weg hier gerade? Easter Bunny Peter ist überhaupt nicht. Ah. So. Wir schauen uns jetzt die einzelnen Kombos mal an. Und dann kann ich euch sagen, worauf ihr euch am besten konzentrieren solltet. Jo. Ähm. Das ist das da. Und dann... Das ist der Easter Bunny Peter. Ihr müsst bedenken, die ganzen Kombos hier, ähm, haben dann einen 100% Bonus. Und zwar auf alle Werte. Bedeutet also, wenn wir jetzt hier den Peter beispielsweise mit dem Rogers Kleiderschrank haben, haben wir hier eine 34er Mauer, 34er Burger, 26er Angriff, die mit hinzukommen, wenn eine Kombos gespielt wird. Der hat 40 Angriff schon und 134 Leben. Also Easter Bunny Peter ist natürlich dann schon ein absolutes Monster. Bedeutet also, ihr mal schon mal Peter und Rogers Kleiderschrank habe ich sowieso im Deck. Die habe ich beide sowieso im Deck. Insofern, das passt schon mal. Unter Umständen hier auch nicht viel schlechter mit dem Burger Suit, ne. Mit hier, da hättet ihr eine 28er Mauer, 28er Burger, 22 Angriff, wenn eine Kombo gespielt wird. 34 Angriff, ähm, und 110 Leben. Auch das natürlich, würde ich mal sagen, kann man mit leben, oder? Ähm. Dann haben wir als nächstes hier Victory Dances. Das wäre hier mit einem Stan. Und das ist das hier. Schauen wir uns den mal an. Oh, auch hier sollten wir jetzt mal maxen, um einfach mal zu sehen, was da passiert. Geht nur mit zwei kommen, wo ist Turkey Day Football und Turkey Trot an, hier unten kommen. Hier Flag Football, Softball Player Jerome. Ah, Terrestrial Cycling, Yogi Victor und hier Synchronized Swimming und Toxic Shock. Äh, The Bazooka Sharks, Millie's Trampoline, Tom Landry Baseball Team, Double Ping Pong. Hier haben wir hier unten die Mythic Version uns anschauen. Fused Ones Level gehe ich mal runter, um das so ein bisschen zu, also einzumitten. Ja, das ist natürlich, da sehen die Werte natürlich schon ganz anders aus, ne. Also wer hier den Mythic Stamp hat, Sportkarten, könnt ihr euch auch mal überlegen. Wir gucken dann gleich mal weiter, was wir dann so alles noch haben. Ähm, weil das sind auch Mega Werte hier. Definitiv krank. Das ist natürlich jetzt wieder eine Kombo, die ich sowieso super gerne habe und sehr gerne spiele, vor allem im Rumble hilft die mir auch immer mal weiter. Das ist der Baum. Ähm, maxen wir jetzt mal die Tina hier mit einer Furzschule für Hochbegabte. Was hat die für Werte dann? Wir haben dann 28er Mauer, wir haben 30-fach heilen, wir haben 32-fach Blutsauger, 32 Angriff und 134 Leben und das ist cool. Definitiv interessant. Mit der Mythic Tina natürlich nicht viel anders. Hier Red Skirt, Blue Skirt, auch interessant. Ähm, es sind schon zwei Karten im Deck, die ich sowieso gerne spiele. Blueberry Pickers. Schauen wir uns die mal an. Was hätten wir denn da am Start? Hier haben wir einen Jean. Da unten haben wir den Eugene Belcher. Ähm, und dann sind wir hier bei Crack, Toad Licking und Butterscotch Cookies. Müssen wir mal schauen. Also ich meine klar, wenn du da über 40-fach Gas, 18-fach Schild für alle hast, ist das natürlich mega fett. Also Toad Licking, Butterscotch Cookies. Eine von den beiden. Definitiv auch wieder interessant. Eugene Belcher habe ich auch eh wieder im Deck. Müssen wir mal schauen. Dann haben wir Catcher Luan. Auch hier werfen wir jetzt erstmal einen Blick drauf. Gucken wir mal, was passiert denn da. Äh, das ist diese Kombo mit Luan. Kann ich eigentlich schon gleich maxen. Luan Platter. Haben wir hier, ähm, unten. Luan Platter. Mit Blurz Ball beispielsweise. Kommt was mit einer Mauer raus? Also wir haben jetzt momentan viel mit Mauer. Death Ball und das Dingers. Deswegen ist das Dingers auch in diesem Pack hier vorne. Okay, alles klar. Ja, da ich keine Luan Platter habe, ist jetzt diese Kombo für mich jetzt nicht so interessant. Coach Farnsworth. Jo Leute, wir schauen uns jetzt mal den Coach Farnsworth an. Ähm, wahrscheinlich nur interessant für diejenigen, die tatsächlich eben... Wir maxen das mal, die den Farnsworth in der Mythic Version haben. Aber wir gucken mal. Ich meine, Leute, zieht euch das rein. Ja, gebt euch das hier mal mit einer Push-Ups, die komplett gemaxed ist. Da habt ihr dann hier, ähm, sechsfach Cheers All. Dann zwölffach. Ne, dreißigfach Punch. Vierundzwanzigfach Schild. Achtundzwanzig Angriff. Und neunzig Leben. Hier kann man tatsächlich mal überlegen, auch hier mit der Flag Football oder mit der Death Ball. Ich meine, das klingt verrückt. Es klingt verrückt. Aber... Ich meine, ihr spielt die Karte aus. Könnte man echt mal überlegen, mal so einen Professor Farnsworth in Epic reinzupacken. Wir müssen aber einfach mal schauen. Äh, nicht in Epic, sondern hier in der Rare Version ist das ja sogar. Freezer Dome. Einfach mal gucken, was wir noch für Alternativen haben. Ähm, Shuttlecock Ring, Sportsbot, Horse Camp und, äh, Softball Player Jerome, Terrestrial Cycling, Yogi, Viktor. Ich bin mir sicher, wenn wir das Ding jetzt hier runtergehen, ähm, dann zu der Mythic Version, da wird's dann halt richtig interessant. Aber auch hier tatsächlich die seltene Version könnte unter Umständen auch, ähm, wow. Das sieht natürlich noch ein bisschen anders da aus, ne? Könnte natürlich auch interessant werden. Hier hättet ihr 50-fach Punch und 44 Angriff. Wow. Das sind Werte, die machen Spaß. Aber leider habe ich keinen Professor Farnsworth und insofern, also nicht in der Mythic Version, insofern wird mir das nichts bringen. Softball, Lois, das ist diese da. Ähm, ja, gucken wir uns die auch mal an. Hier, wir gehen jetzt gleich runter zu der Lois Griffin, das geht jetzt auch nur mit der Birds Ball. Also jetzt hier Sportkarten, tatsächlich interessant, ne? Auch wieder das Dingers. Und alter Vater hier mit der Lois, ne? 25 Punch, also da hättet ihr 50-fach Punch, 44 Angriff, 40... Eieieiei, die rasiert ja alles weg hier. Die rasiert ja einfach mal alles weg. Wenn die am Anfang ist, was willst du denn dagegen machen? Criss-Cross Applesauce. Und da bin ich natürlich jetzt mega glücklich, weil die Criss-Cross Applesauce ist ja momentan auch im Daily Shop, also als Combo Mastery vorhanden. Und da können wir einfach mal jetzt einen Blick drauf werfen. Criss-Cross Applesauce. Rein Roger mit Softball Player Jerome. The Stingers, Terrestrial Cycling, Synchronized Swimming und Horse Camp. Und Leute, guckt euch das an. Ihr habt dann ganz viel Bodyguard. Also nehmen wir mal hier Softball Player Jerome mit 28-fach Bodyguard. Mit 50 Gas, mit 52 Angriff, mit 116 Leben. So, und jetzt, jetzt müsst ihr mal überlegen, ja, dass ihr da 10%, also wenn ihr nur eine einzige Krone holt heute, ja, dann habt ihr darauf 20%. Wenn ihr 3 Kronen holt, also beziehungsweise 2, das sind ja 20%, habt ihr 40% Bonus. Also, das würde bedeuten, ihr hättet tatsächlich hier schon bei diesem Teil, ja, ihr hättet bei einer Krone 15, hätte ihr einen 30 Bodyguard. Ihr hättet 24, 48 heilen. Ihr hättet 50, ähm, 27, 54 Gas. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, ne? 28, 56 Angriff. Also Criss-Cross Applesauce. Leute, heute im Store, holt euch das Ding als Combo Mastery, das wird auf jeden Fall, also ihr müsst jetzt nicht unbedingt hier dieses Pack holen. Holt euch das Ding in der Combo Mastery und das wird mega geil werden. Blueberry Delivery Girls, nächste Combo. Ähm, also eigentlich alles Kombos diesmal, die man durchaus spielen kann, ne? Also, hier, Back of Nickels, ja, auf der rechten Seite, Back of Nickels ist halt jetzt eher selten, ne? Diese Karte kommt nicht so oft vor. Dann haben wir den Baseball Bobby und der Baseball Bobby ist das hier. Auch wieder mit Sportkarten. Leute, immer nur Sport, 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 viele Sportkarten. Deathball, Lüßdinger, Softballplayer Jerome und dann habt ihr den Baseball Bobby auf der rechten Seite. Ist natürlich alles, ähm, eingeschränkt, ja? Aber, in der Situation passt das super gut zu den restlichen Karten. Wir haben Heilen, wir haben Schild, wir haben Cheers. Und das Ganze verdoppelt sich. Wir haben auch hier 46 Angriffe und 128 Leben. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall cool. Und da freue ich mich hier fast am allermeisten drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch eine Combo, die ich so gerne eigentlich spiele. Also, ich bin gespannt, wie das Ganze dieses Mal verlaufen wird. Das sind ja typische Kombos, ja? Das sind wirklich typische Kombos. Wir haben hier jetzt allerdings die erste Animal-Karte. Aber, Leute, zieht's euch rein. Bender, Stucklings. Das Ganze verdoppelt sich natürlich. Wir haben hier den Bender mit New Brine, mit Cuddles, mit Goggles Cat, Bug Stud, Spirit, Mr. Business, Queen of Cats Terrors, Sacrificial Robot Goat und Bandit. Und auf der rechten Seite kommt Bender, Stucklings raus. Gehen wir mal jetzt hier auf irgendeine drauf. Hier hätten wir zum Beispiel mit Mr. Business 44 Angriff, 24-fach berauscht. 24. Leute, 24. Ja? Ich wiederhole. Wurde 24-fach berauscht. Bei 44 Angriff schon standardmäßig 124 Leben. Bender, Stucklings wird auf jeden Fall ein Monster sein. So. Ja. Haben wir irgendwelche Karten, die man theoretisch hier doppelt benutzen kann? Wir haben zum Beispiel, also gut, die ganzen Sportkarten machen auf jeden Fall Sinn. Na, dann haben wir hier als nächstes, da haben wir sonst keine Animal Karten mehr. Wir haben Kostüm. Hier vorne, Easter Bunny Peter. Criss Cross Applesauce, die Tina. Na gut, da unten mit Blueberry Delivery Girl, das passt jetzt weniger gut rein. Leider Gottes. Aber die Sportkarten sollten auf jeden Fall ready sein. Achtet darauf, dass ihr diese Kombos nach Möglichkeit, also die Sportkarten drin habt. Die man brauchen wird. Also hier Death Ball, das Dinges. Softball Player Jerome, macht Sinn. Softball Player Jerome, hier auch wieder das Dinges. Terrestrial Cycling, Horse Camp, Synchronized Swimming. Blurrens Ball, auch wieder das Dinges. Ähm. Das sind so diese Karten. Die braucht ihr ganz, ganz dringend. Kümmert euch drum. Am Montag ist es soweit. Schaut, dass ihr diese Kombos hier reinbekommt. Dass die erforscht sind. Ja. Ja. Dass ihr die auch spielen könnt. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Wir gucken jetzt hier nochmal rein. Wir haben hier die Spring Tire Box mit. Ähm. Hier vorne gibt's den einmal. 200 Gems kostet die, ne? Ähm. Wie viel habe ich denn aktuell zur Auswahl? Ich hab 334. Komm, die holen wir uns einmal. Die Spring Tire Box. Eine holen wir uns jetzt einfach mal hier so. Zack. Klicke ich einfach mal drauf. Und dann haben wir hier. Oh. Criss Cross Applesauce. Das ist der eine Pull. Damenringen. 200 Legis. Also Legis Stones. Legis wäre natürlich krass. So. Wir schauen jetzt hier nochmal rein. In den Reward Pool. Und da sehen wir hier. Tire 2. Wäre schon das hier. Da hätten wir dann nochmal 2 Pools extra. Hier vorne bei Tire 5 geht's dann los. Mit dieser Bender Stucklings. Pre-Combo. Super Mythic Stones gibt's ab Tire 4. Oh. Also bis Tire 2 macht das Ding auf jeden Fall schon mal Sinn. Unter Umständen. Mit ein bisschen Glück. Kriegt ihr auch was gescheites bei raus. So. Dann haben wir hier den. 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 Soitberg. Mythic. Soitberg Pack. Mit betrunkenem. Im Clam. Beer Festival. Thunder Cocktails. McGriffin. Wir haben. Da sind wir auch hier schon durch. Dann geht's weiter mit den Dailies. Hier haben wir die Clormachine. Und die Clormachine ist das da. Gucken wir mal hier rein. Clormachine. Hier eine Amy. Dr. Amy Wong. Können wir auch nochmal gucken. Ja. Das hier ist mit Wireless Audio Transmitter. 13-fach motivieren. 28-fach Blutsauger. Clormachine ist auch wieder eine Kombo. Die bei Clashes interessant ist. Aber 500 Gems sind mir zu viel dafür. So. Dann haben wir die Francine Painting. Und das ist diese Kombo hier. Da haben wir Francine. Können wir auch nochmal maxen. Francine Smith mit Kunstkarten. Eigentlich nur mit der Buzzsaw. Dann kommt da raus. Francine Painting mit Entführen. Und mit einem Burger. Muss ich hier nochmal runterscrollen. Da sieht man's besser. Ja. Auch keine 500 Gems wert. Ja. Crisscross Applesauce. Und definitiv einen Pull wert. Ich glaube ich habe die. Ich muss immer schnell hier oben reinschauen. Aber ich glaube ich habe die noch nicht. Ja. Lass mal schnell schmecken hier. Crisscross Applesauce. Dürfte ich nicht haben. Alle Kombos. Ricky Spanish. Seht ihr mal hier. Muss ich mal gucken. Den kann ich auch noch erforschen. Dann. So. Ähm. Crisscross Applesauce habe ich nicht. Deswegen hole ich mir die jetzt auf jeden Fall. Leider reicht es jetzt nicht ganz. Ähm. Für. Drei. Doch. Es reicht für drei Pulls. Dann mache ich das jetzt mal. Und am Montag freue ich mich dann. kann. Dass ich den schon mal hochgemaxt habe. so. Das ist das hier. Okay. Dann haben wir als letztes hier die Dodgeball Mac. Auch da werfen wir jetzt mal einen Blick drauf. Auf die Dodgeball Mac. Das ist diese hier. Combo Cards. So. Das ist eine Mac. Die können wir auch nochmal jetzt hier maxen. Und. Ja. Da unten mit einer Blanzball. Müsst ihr selber wissen. Ob ihr da. Die tausend Steinchen rein stecken könnt. Oder wollt. Wenn es euch gefallen hat. Dann lasst mal einen Daumen nach oben. Da schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und schreibt es jetzt mal wieder ein. Wenn es wieder heißt. Animations. Rolldown mit mir immer gleich. Schaut rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.